In diesem Video zeige ich dir zwei effektive Übungen, mit der du deinen Rücken mal so richtig schön öffnen kannst. Deine Wirbelsäule kann sich multidimensional bewegen. Sie kann Beugung, Streckung, Rotation, das aber auch über alle Achsen. Und allen Achsen können wir jetzt hier nicht gerecht werden. Das tun wir in unserem Rückenprogramm, was unten in den Kommentaren angepinnt ist. Jetzt werden wir in Beugung und Streckung gehen und einen Fokus auf die so wichtige Brustübelsäule legen. Übung Nummer 1 sind die Wall Bridge Push-Ups. Also wir machen Liegestütz an der Wand in Richtung Brücke. Vor allem diejenigen, die jetzt da noch eher am Anfang stehen, gehen da bitte vorsichtig mit sich um. Wir machen 10 Wiederholungen und spannen den Po schön fest an. Und wenn du am Anfang stehst, dann stehe auch relativ nah an der Wand. Dreh mal deine Hände so aus, dass die Ellbogen etwas zueinander weisen. Wie gesagt, Po fest, um deinen unteren Rücken zu schützen. Und dann atmest du einmal tief ein und mit der Ausatmung drückst du dich etwas von der Wand weg. Also bringst deine Ellbogen Richtung Streckung. Und vielleicht ist es das jetzt auch schon für dich. Mehr musst du gar nicht machen. Po bleibt fest, beugst wieder ein, drückst dich weg. Je besser du bist, desto weiter kannst du dich wegdrücken und kannst dich natürlich auch weiter wegstellen. Und dann wirklich mehr Richtung Streckung gehen und natürlich dann auch eine höhere Intensität erzeugen. Wenn du das jetzt nur in der Lendenwirbelsäule spürst und auch schmerzhaft spürst, dann musst du wirklich dringend deine Brustwirbelsäule öffnen. Nochmal der Verweis auf unser Rückenprogramm. 10 Meter Wiederholungen gemacht. Dann kommt die Gegenbewegung. Wir gehen runter in die Buddha Prayer. Die Buddha Prayer starten in der Hocke. Wenn du noch nicht mit den Fersen unten am Boden hocken kannst, kannst du dir hier und heute die Fersen erhöhen. Roll dir zum Beispiel eine Trainingsmatte zusammen oder ein Handtuch, legst dir unter die Fersen drunter. Ansonsten bist du ein Kandidat für das Mobility-Programm für Anfänger, denn dort arbeiten wir wirklich viel an der Hocke und auch an der wichtigen Sprunggelenksmobilität. Das Geniale jetzt an der Hocke-Position ist, dass das Becken fixiert ist. Du kannst jetzt definitiv nicht ins Hohl kreuzen und wir werden wirklich richtig schön aus der Brustwirbelsäule heraus in die Beugung der Wirbelsäule gehen. Außerdem haben wir hier wieder das Thema Intention, was wir neulich im Video als sehr, sehr wichtig erwähnt haben. Das Video wird hier nochmal verlinkt und eine schöne Messbarkeit. Und zwar setzen wir uns jetzt hier ein Ziel. Zur Verfügung hast du zwei Fäuste, gegebenenfalls noch zwei Daumen und vielleicht noch die beiden kleinen Finger dazu. Dann hast du wirklich ein sehr, sehr hohes Türmchen und dann solltest du wirklich unbedingt drankommen. Ich hoffe, so viel brauchst du nicht. Ich setze mir mal eine Faust als Ziel und möchte jetzt mit der Ausatmung mein Ziel mit der Stirn erreichen. Also dein Ziel soll ambitioniert sein. Es muss anstrengend sein, da dran zu kommen, aber du musst es erreichen. Ich atme ein. Mit der Ausatmung rolle ich jetzt die Wirbelsäule ein. Stirn sucht meine Faust. Mit der Einatmung richte ich mich wieder auf. Und jetzt merke dir auch mal, wie du gestartet hast. Vielleicht hast du gestartet mit zwei Fäusten plus einem Daumen. Und wir machen von beiden Übungen drei Durchgänge. Und ich verspreche dir, im Durchgang 3 brauchst du vielleicht den Daumen nicht mehr. Also siehst du auch wirklich, dass es wirkt. Ich würde mich freuen, wenn du mir das auch in den Kommentaren dann so mal bestätigst oder mal schreibst, wie es für dich vorangegangen ist. Einatmen, du richtest dich auf, ausatmend, klein einrollen. Einatmen, aufrichten, ausatmend, klein einrollen. Und jetzt gehst du dann wieder zurück an die Wand, startest deinen zweiten von insgesamt drei Durchgängen. Ich freue mich für ein Däumchen nach oben und bin wieder raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.